Dings, ist doch krank. Jonas, mein teuerster Stat-Track Pink war 25 Euro, ja? Ja, aber... Das ist wirklich grad mal ein Zehntel. Komm, Leon, lad noch mal 50 auf. 50 geh noch. Mach mal Stat-Track. Dann hab ich den Profil, den ich durchs Skinder-Rund-Kaufen gemacht hab, ja, wieder verloren komplett. Oh, nein! Die letzte Kiste! Nee, du troll! Sport-Handschuhe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir testet aber... Oh mein Gott! Die letzte Kiste! Hä? Hä? Das ist lächerlich. Hä? Die letzte! Das ist wirklich das Best-Case-Szenario.